Diese kleinen Monster sind im Schloss eingesperrt. Oh, die Armen. Und das auch noch an Halloween. Fünf kleine Monster in der Halloween-Nacht im Schloss eingesperrt, machen eine Menge Krach. Jemand öffnete die Tür, oh wie wunderbar. Eins konnte fliehen, dann waren nur noch wir da. Wer ließ das Monsterhaus? Wer, wer, wer? Wer ließ das Monsterhaus? Machst du es? Ich nicht. Vier kleine Monster in der Halloween-Nacht im Schloss eingesperrt, machen eine Menge Krach. Jemand öffnete die Tür, oh wie wunderbar. Eins konnte fliehen, dann waren nur noch drei da. Wer ließ das Monsterhaus? Wer, wer, wer? Wer ließ das Monsterhaus? Machst du es? Ich nicht. Drei kleine Monster in der Halloween-Nacht Drei kleine Monster in der Halloween-Nacht im Schloss eingesperrt, machen eine Menge Krach. Jemand öffnete die Tür, oh wie wunderbar. Eins konnte fliehen, eins konnte fliehen, dann waren nur noch zwei da. Wer ließ das Monsterhaus? Wer, wer, wer? Wer ließ das Monsterhaus? Machst du es? Ich nicht. Ich nicht. Zwei kleine Monster in der Halloween-Nacht im Schloss eingesperrt, machen eine Menge Krach. Jemand öffnete die Tür, oh wie wunderbar. Eins konnte fliehen, dann war nur noch eins da. Wer ließ das Monsterhaus? Wer, wer, wer? Wer ließ das Monsterhaus? Machst du es? Ich nicht. Ein kleines Monster in der Halloween-Nacht im Schloss eingesperrt, machte eine Menge Krach. Jemand öffnete die Tür, oh wie wunderbar. Das Monster konnte fliehen, dann war keines mehr da. Wer ließ das Monsterhaus? Wer, wer, wer? Wer ließ das Monsterhaus? Machst du es? Ich nicht. Diese Mumie ist eine Mama. Juhu, Monster! Ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020